TeleStammtisch Ja und auch das sind wieder 5 ganz tolle Gespräche geworden, die auf euch warten, die ihr euch unbedingt anhören müsst und die vor allem auch verschiedenste Artists aus der Comicszene zusammenbringen. Welche mit größerem Namen und welche mit weniger großen Namen. Diesmal mit dabei ist Dominik Jell, Ralf König, Patrick Oberholzer, Julia Beutling und Ray Henderson. Fünf ganz tolle Gespräche sind es geworden, die ihr allesamt wieder etwas ungeschnittener auf die Ohren bekommt, damit ihr nicht so lange darauf warten müsst. Wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann meldet euch gern auf Social Media auf tele-stammtisch.de slash Discord, also dem Community Hub des TeleStammtischs, wo wir über viele Dinge wie diese Interviews sprechen können. Ja und ansonsten könnt ihr euch auch gern mal melden, falls ihr eine Veranstaltung habt, die unbedingt moderiert werden muss. Dann bin ich genau euer Mann, euer Host, eure Stimme und kann mit euch zusammen ein Event veranstalten, das mir auf jeden Fall Spaß machen wird und ich bin sicher auch euer Publikum. Also wenn ein großer Traum kommt rum, meldet euch. Die Gespräche beim TeleStammtisch sind immer ein Gewinn und ich hoffe, dass ihr das genauso seht wie ich. Nun also viel Spaß und ja, bis zum nächsten Mal. Lasst krachen, ciao. Nun habe ich mir jemanden geschnappt, von dem man mit Fug und Recht behaupten kann, er ist einer der auftrebenden Stars der deutschen Manga-Szene. Ich habe den ersten Band seiner Reihe gelesen, ich habe auch den anderen Band gelesen, die er beide bei Carlsen rausgebracht hat, die da beide erschienen sind. Er ist schon in verschiedenen Podcasts zu Gast gewesen und hat viele tolle Sachen erzählt und ich glaube heute, da unterhalten wir uns mal über die ganz besonders wichtigen Themen in seinen wirklich allein schon optisch so ansprechenden Werken. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du? Hi Andi, ich bin der Dominik. Ich freue mich krass, hier sein zu dürfen. Macht Spaß. Wie auch warst du schon beim Salon? Es ist mein erstes Mal hier, tatsächlich sogar. Und ich glaube, wenn es nicht so regnen würde, wäre es auch ein bisschen angenehmer, wobei ich mir auch sagen habe lassen, die letzten Jahre, wenn er war, war es ultra heiß. Absolut. Und das ist in den Zelten natürlich dann auch nicht so prickelnd. Aber so ist es schön. Es fühlt sich an wie so ein richtiges Klassentreffen einfach. Und du stehst auch so ein bisschen mit stellvertretend für diese Bestrebungen des Salons, den Manga hier mehr zu repräsentieren, was lang überfällig gewesen ist. Fühlst du dich hier wohl? Fühlst du dich warm aufgenommen? Auf jeden Fall. Natürlich merkt man, dass der klassische Comic einfach noch viel mehr repräsentiert wird hier. Aber man hat schon das Gefühl, speziell auch weil die ganzen Manga-Verlage auch langsam hier Einzug finden, auch mit Stand und so, dass es schon auch gesehen wird als Medium, was jetzt immer mehr im Kommen ist oder gerade so einen richtigen Hype einfach hat. Ja. Und bei Crossing Borders. Crossing Borders ist jetzt Band 1 eben im April erschienen zur Leipziger Buchmesse. Und Band 2 kommt jetzt im Juli. Und dann alle drei Monate die anderen beiden noch. Also vier Bände werden insgesamt. Und dann ist die Reihe abgeschlossen. Das heißt, nächstes Jahr im Januar ist die abgeschlossen. Und die ist auch fertig gezeichnet. Das heißt, ich genieße und darf mich über jeden Release freuen. Die ist schon fertig. Ich meine, gefühlt kam Mortal ist dein erstes Debütwerk bei Carlsen. Ja, gefühlt auch erst gestern raus. Du musst ja unheimlich krass und viel machen. Gleichzeitig am besten. Ich habe so einen Sweet Spot gefunden bei Crossing Borders tatsächlich sogar, ja, dass ich dann relativ zügig die Bände abarbeiten konnte und auch durfte. Ich meine, das ist natürlich jetzt nicht nur, dass man sagt, man schafft es irgendwie in kurzer Zeit, sondern ich bin auch sehr dankbar, dass mir der Verlage auch das Vertrauen geschenkt hat, so zügig die Bände veröffentlichen zu dürfen und zu zeichnen zu dürfen und so. Und dann hat es relativ gut funktioniert. Es ist ja mal was auch komplett anderes, auch thematisch und inhaltlich. Wir werden gleich auf die Details eingehen. Als dein erstes Debütwerk Mortal ist, das ich auch gelesen habe. Das war ja noch Horror, richtig? Genau. Das ist ein Horror-Einzelband, zwei Kurzgeschichten. Da ging es mir hauptsächlich darum, eigentlich den Einstand in die Manga-Szene zu finden und so meinen Namen einfach mal so in die Regale zu stellen. Und mit Erfolg, ich glaube, das Ding kam sehr gut an. Es gibt nicht nur eine Auflage, richtig? Mortal, es waren mehrere. Boah, ich kann... Ging gut. Ich bilde mir ein, ich habe das gelesen, so einen Post von Carlton. Ja, okay, dann machen wir halt noch eine zweite oder dritte Auflage. Also es war, glaube ich, ganz geil. Ach krass, okay. Wie gesagt, ich weiß, ich habe die Daten und die Zahlen gar nicht im Blick, aber ich glaube, die sind zufrieden und das ist alles, was zählt. Und das sind wir auch, weil dieser Podcast recht viel gehört wird, auch von Artists aus der Indie-Szene, die eben auch teilweise erst anfangen und noch ganz jung sind in dem Bereich. Das ist für mich natürlich mal total wichtig zu erfahren, wie du eigentlich mit Carlton zusammengekommen bist. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wer hat da was wo gepitcht? War es beim Bier oder war es eine andere Situation? Nee, ich trinke ja gar kein Bier, auch wenn ich aus Bayern komme. Das ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Nee, es war einfach eine Initiativbewerbung tatsächlich sogar. Also ich habe eine Bewerbung geschrieben, die ging an Carlton und dann habe ich monatelang nichts gehört. Irgendwann kam dann mein damaliger Redakteur, Philipp, der dann eben auch Mortalis betreut hat und auch Crossing Borders dann in der ersten Instanz abgesegnet hat. Der hat mir dann zurückgeschrieben und hat dann gemeint, hey, das sieht doch ganz cool aus, hast du noch mehr Sachen. Und dann sind wir halt dann so Stück für Stück einfach in die Planung gegangen und dann stand es eigentlich relativ schnell fest, dass ich da bleibe und fühle mich wohl und bin auch sehr dankbar, Carlton, dass ich überhaupt da so viel machen darf mit denen. Und sie haben dir scheinbar dann auch das Vertrauen geschenkt oder haben scheinbar sehr gute Erfahrungen gemacht, denn du hast bei denen aktuell, wie gesagt, auch Crossing Borders veröffentlicht. Eine Reihe, die auch noch komplett thematisch anders aufgestellt ist als Mortalis. Das kann man mal sagen. Worum geht's? Erzähl mal, was ist Crossing Borders? Also Crossing Borders ist eine Slice of Life-Romance-Geschichte. Das ist tatsächlich auch mein Lieblingsgenre, was ich im Manga-Bereich lese. Aber das ist nicht so typisch in dem, wie es umgesetzt wird. Dann entsteht nicht diese Romance im Vordergrund, sondern mehr dieses Drama um diese Personen, um die Charaktere herum. Die Grundfrage, die ich mir damals einfach in der Entwicklung gestellt habe oder warum ich die Geschichte erzählen will, ist, weil ich es total spannend finde, wie sich Menschen, die aus völlig unterschiedlichen Bereichen kommen, teilweise gleich, teilweise unterschiedlich entwickeln, mit denselben Problemen anders umgehen oder auch Probleme sich völlig anders manifestieren, obwohl sie denselben Hintergrund haben. Und wie das dann ist, wenn zwei extreme Charaktere, obwohl sie im ersten Moment nicht so wirken, aufeinandertreffen und dann sich vielleicht helfen, vielleicht gegenseitig runterziehen und eigentlich so eine wachsende Beziehung darstellen, so realistisch wie möglich. Das war mir eigentlich wichtig, dass es nicht irgendwie so überspitzt dargestellt wird, sondern wirklich so realistisch und ehrlich wie möglich, damit man sich als Leser oder Leserin einfach da so gut wie es geht hineinversetzen kann. Und in dem ersten Band, den ich jetzt kenne, der auch aktuell erst erschienen ist, widmest du dich ja auch großen Themen. Es sind ja letztlich, da gibt es am Ende dann auch des Mangas nochmal deutliche Erläuterungen dazu. Es geht um Borderline-Syndrom. Ich denke, das geht natürlich alles Selbstverletzung und andere Themen spielt da eine große Rolle. Was hat sich daran gereizt, das zum Thema zu machen? Vielleicht noch gar nicht, wie sie damit umgehen sollen oder beziehungsweise wird das vielleicht von der älteren Generation auch so ein bisschen totgeschwiegen, obwohl das einfach im Alltag stattfindet. Also wie es ist, wenn Menschen mit Migrationshintergrund in einem Land ankommen, wo sie vielleicht gar nicht so erwünscht sind und so. Was ich schrecklich finde. Absolut Katastrophe. Wie es ist eben, wenn man mit psychischen Leiden umgehen lernt und so, wie das auf andere Personen wirkt und so. Woher das vielleicht kommen kann und so. Und dass man da einfach vielleicht so ein bisschen den Fokus drauf legt, damit man einfach sensibel mit solchen Gegebenheiten umgeht und so. Und auch verstehen lernt, warum sich Menschen vielleicht auf eine gewisse Art und Weise entwickeln, weil sie eben so einen Hintergrund haben können. Du erreichst also mit deinen Werken eine tendenziell jüngere Zielgruppe war der Ansatz und denen gibst du dann letztlich eine Gelegenheit, sich mit dem Thema zu beschäftigen, die sie vielleicht vorher noch nicht gehabt haben. Ja, so einen kleinen Spiegel würde ich mal sagen. Ich hoffe, dass Crossing Boys wie so eine Art Spiegel fungiert und einfach so ein Beispiel, stellenweise Extrembeispiel natürlich auch aufzeigt und dann einfach zum Denken anregt. Das wäre eigentlich so das, was ich mir wünschen würde. Und das gelingt dir meines Erachtens deshalb so gut, weil du hier mit zwei Figuren arbeitest, die man recht schnell irgendwie mag. Ich weiß nicht genau, warum das so ist, aber ich mochte sie irgendwie. Und das, obwohl ich vielleicht jetzt bin wahrscheinlich mindestens mal doppelt so alt wie die beiden Figuren, dass vielleicht erstmal nicht die Zielgruppe bin, aber es ist dir wirklich gelungen, hier zwei Figuren zu zeichnen und zu kreieren, zu designen, die nahbar sind. Und ich benutze das Wort Menscheln hier tatsächlich zuletzt wirklich häufiger, bei denen es menschelt. Wie bist du denn ans Figurendesign rangegangen? Denn man kann sich diesem Thema Borderline-Syndrom wahrscheinlich, da muss man allerdings bedenken, wenn man so eine Figur erstellt. Ja, also ich glaube Borderline ist einfach eine psychische Erkrankung, die sich einfach auf so viele Art und Weisen zeigt und aber auf die man im ersten Moment, außer vielleicht, wenn man jetzt wirklich in die Selbstverletzungsthematik, was da oftmals mitschwingt, reingeht, auch vielleicht gar nicht sieht. Und deswegen, dass die Person, die eben dieses Laster mit sich rumträgt, sag ich mal, die wollte ich einfach so schön wie möglich malen. Also, dass man so im ersten Moment gar nicht damit rechnet, dass sie eben so ein Problem hat. Und Adam als Gegenpart dann dazu ist eigentlich auch ein Anführungszeichen gut aussehender Typ, der eigentlich auch seinen Platz sozusagen, meint man, nach außen im Leben gefunden hat. Die beiden studieren in München, das ist eine teure Stadt. Also, irgendwie denkt man, wenn man im ersten Moment das mitkriegt, denen muss es ja gut gehen. Und dann erfährst du halt einfach über so Häppchen, die ich immer wieder in die Geschichte versuche reinzuwerfen, dass es eigentlich völlig anders ist. Also, dass die schon einfach ein Laster mit sich rumzutragen haben, obwohl man im ersten Moment nicht davon ausgeht. Und deswegen wollte ich die Charaktere so irgendwie schon versucht, sympathisch darzustellen, aber auch eben als schön darzustellen sozusagen. Und was du ja auch machst, ich habe in diesem Manga aus verschiedenen Ebenen was gelernt. Es ist hier auch tatsächlich, du erklärst uns Instagram und zwar ganz erfolgreich. Ein paar Dinge, die man vielleicht auch gar nicht wusste, wenn man dahin oder wieder mal drüber scrollt. Und ist Social Media ein Thema, mit dem ich persönlich auch sehr auseinandersetze oder ist das jetzt eher konkret im Rahmen der Recherche für diesen Manga-Knowledge entstanden? Ich glaube, meine Auseinandersetzung mit Social Media geht jetzt nicht über diesen Berufskontext hinaus. Ich habe jetzt ansonsten bis auf das, dass ich mich selbst versuche zu vermarkten und so, keinerlei Berührungspunkte. Ich stehe dem Ganzen auch irgendwie kritisch gegenüber. Also ich bin ein analoger Mensch sozusagen. Also ich mag es viel lieber persönlich, mit jemandem zu sprechen, als irgendwie zu texten oder so. Aber es ist natürlich wichtig für die Story, weil eben heutzutage viel über das Digitale geht und eben auch Hate Speech im Internet und so soll auch angesprochen werden in dem Band. Und eine Figur verdient ihr Lebensunterhalt damit, was auch irgendwie wichtig ist, weil sie im ersten Moment dann kann sie independent sein. Im anderen Moment fällt sie aber teilweise auch schwer, diese Oberflächlichkeit, die da mitschwingt und so. Und dann auch vielleicht noch so zum Werk, das ist der letzte Punkt, das Artwork fällt mir natürlich auf. Du sagst dir gerade Ziele, schöne Figuren, die auch ausgearbeitet sind und du hast vor allem auch relativ viele Panels, von denen, ich gehe davon aus, dass da Fotovorlagen gab. Ist das der Fall? Und wenn ja, wie arbeitest du, wie gehst du daran, wenn du sowas erstellst? Wie meinst du Fotovorlagen? Beispielsweise, wenn wir uns jetzt hier mal ein Bild angucken von dem Gebäude, gerade Architektur insbesondere, gerade auf den ersten Seiten, sehen wir auch ein etwas älteres Gebäude. Gab es da Fotovorlagen? Wie bist du da rangegangen? Also es gibt Fotovorlagen natürlich. Ich bin die Wege und speziell auch die Uni, diesen Uni-Standort in München, bin ich natürlich davor abgegangen und habe da versucht, das alles so realistisch wie möglich darzustellen. Da haben wir es eben auch kapiert. Ich habe ganz selten auch wirklich die Fotos aber als Hintergrund benutzt und dann Charaktere drauf gezeichnet, sondern mich eher einfach so aus verschiedenen Winkeln das fotografiert, damit ich halt verstehe, wie so dieses Surrounding stattfindet. Speziell zum Beispiel in dem Café. Also die verschiedenen Winkel in dem Café fotografiert, was übrigens ein richtig awkwarder Moment ist, wenn du in München im Café stehst und einfach so dastehst und mal die Richtung fotografierst. Und dann, damit ich halt die Charaktere auch in die verschiedenen Winkel setzen kann, damit es nicht langweilig ist von der Bildsprache her, weil sie ja zwei Charaktere immer nur unterhalten und so ein Dialog einfach nur zwischen zwei Personen ist, den du ja immer wieder aus... Du hast ja nur so viele Möglichkeiten, weißt du, wie du das halt darstellst und deswegen, ja. Warum eigentlich München? Es ist ja nicht unnöblich, dass viele auch deutschsprachige Mangaka ihre Figuren irgendwo nach Japan setzen. In deinem Fall ist es München geworden. Warum München? Und wird dieser München-Aspekt im Laufe der nächsten Bände vielleicht noch ein bisschen mehr rauskommen? Die Standardvielfalt wird größer. Also es ist nicht so, dass wir uns nur im Zentrum Münchens befinden, so wie jetzt im ersten Band, sondern man geht dann tatsächlich auch in den Speckgürtel außenrum sozusagen und München aus dem Grund, weil ich eben auch aus Süddeutschland komme und ich glaube, deswegen war es mir wichtig, das zu schreiben in Bezug auf die Thematik. Also der Standard wurde gewählt in Bezug auf die Thematik, weil ich eben so sensibel wie möglich das darstellen wollte, aber gleichzeitig auch so realistisch wie möglich. Und ich kann ja nur das so realistisch wie möglich erzählen, was ich jetzt selbst irgendwie erlebt habe oder weil ich weiß, wie die Leute vielleicht reagieren. Und wenn ich jetzt das Ganze, ich hätte mit Sicherheit auch noch Japan packen können, aber da weiß ich halt nicht, ob das wirklich so ist, dass man einfach mit Mitte, Anfang 20 vielleicht sich mit diesen Problemen konfrontiert sieht und dass die Leute außenrum so drauf reagieren. Also es kann auch sein, dass es dann völlig anders ist. Ich war weder in Japan zu dieser Zeit in meinem Leben noch, bin ich da zur Schule oder zur Uni gegangen oder so. Und deswegen fände ich es wahnsinnig anmaßend, das in ein anderes Land zu packen. Weißt du, ich meine? Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich kann mir vorstellen, dass die Identifikation eben des Publikums durchaus höher ist, wenn es dann irgendwo spielt, wo man einen Bezug vielleicht so hat. Genau, sehr richtig, ja. Als irgendeine abstrakte Straße in Tokio. Dann nochmal ganz kurz zum Salon zurück. Du hast hier natürlich auch Signierstunden beim Carlsen Verlag. Hier geht richtig was und die Menschen sind hier und die kaufen auch. Wie sind bei dir die Eindrücke vom Publikum? Stehen die Schlange bei deiner Signierstunde? Wie läuft's? Wie ist das Feedback? Vielleicht kannst du ein bisschen was zum Publikum, zum Salon noch erzählen. Wie reagieren die hier auf dich? Dann ist es ja lange, das ist eher so das alte weiße Männer-Koffer-Publikum. Aber ich sehe hier eine Menge Menschen, die ich auch für potenzielle Manga-LeserInnen halten könnte. Ja, definitiv. Also ich habe leider keinen Vergleich zu den Salons davor. Aber absolut richtig, wenn du in die einschlägigen Zelte gehst, sag ich mal, da siehst du auf jeden Fall auch super diverses Publikum, jünger auch, die definitiv auch Interesse an Manga haben. Nach wie vor glaube ich aber, dass dieses Hauptinteresse einfach auf dem klassischen, in Anführungszeichen, Comic liegt. Manga ist ja auch ein klassischer Comic, nur halt im Japanischen. Aber ja, es ist gut was los. Also es ist nicht so wie auf der Animagic oder der Dokumi zum Beispiel, da wo einfach nur dieses einschlägige Publikum da ist. Da sind die Signierschlangen wesentlich länger. Aber es ist genug und man freut sich. Und es ist auch schön hier, weil man einfach so ein bisschen mehr Zeit hat, einfach zu signieren. Und es ist nicht so, dass du eine Stunde hast und irgendwie zig Leute, die du einfach abarbeiten musst. Sondern da stehen einfach ein paar Leute und mit denen kannst du dich unterhalten. Dann kannst du eine schöne Zeichnung aufs Shikishi oder in den Manga machen. Und alle sind zufrieden und ich freue mich auch. Letzte Frage für heute. Du hast gemeint, die Bände, es waren, ich weiß gar nicht, drei, vier, fünf sind angelegt. Vier. Die sind alle schon fertig. Das heißt, du hast gerade theoretisch eine Menge Zeit, um dich um neue Projekte zu kümmern. Kannst du, das jetzt zu teasen, vielleicht kannst du schon so eine Richtung geben, um die es gehen könnte. Worauf hast du Lust vielleicht auch? Ich habe auf alles Lust. Ich habe einfach Bock, Manga bzw. Comics zu schreiben. Das ist das, was mir am meisten Spaß in meinem Leben macht. Ich arbeite auch gerade an was. Also direkt nach Crossing Borders habe ich gleich mit der Arbeit an dem nächsten Projekt begonnen. Aber ich darf natürlich noch nicht drüber reden. Da ist weder was so konkret als Erscheinungsdatum geplant, noch habe ich mit meiner Redakteurin abgesprochen, wie wir das Ganze angehen, wie der Umfang werden soll und so. Aber ich arbeite relativ konkret schon an dem Thema und das ist auch relativ, wird auch wieder was anderes sein. Sagen wir mal so viel. Die Stifte liegen nicht still. Das merke ich schon auf jeden Fall und ich freue mich dich drauf, weitere Sachen von dir zu lesen. Lieber Dominik, vielen, vielen, vielen Dank für das Gespräch, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns über dich und deine Arbeit zu sprechen und ich wünsche dir weiterhin viel Spaß hier beim Comics Salon. Ich danke dir ganz herzlich für die Zeit und für die Plattform natürlich, die du mir und uns allen gibst. Bis dahin. Tschüss. Es gibt so ein paar Namen, die sind aus der deutschsprachigen Comics hier, nenne ich nur nicht wegzudenken. Sie haben sie maßgeblich mitgeprägt. Ich weiß, ich habe die letzten Tage natürlich auch ein bisschen Zeit auf Social Media verbracht und da hat er was gepostet. Er hat nämlich zu Hause so ein Regal mit Belegexemplaren und dieses Regal mit Belegexemplaren, das scheint inzwischen echt ziemlich voll zu sein und das spricht vor allem für eins, für eine sehr lange, umfangreiche und vor allem produktive Vita und auch eine große Bibliografie. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Jemanden, den man eigentlich gar nicht großartig vorstellen braucht. Einfach ganz herausragender Comic-Künstler. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du? Ich bin der Ralf König. Hallo, guten Tag. Hallo, Ralf. Genau, der mit dem schmalen Regal. Nach 43 Jahren platzt das Regal auseinander. Das ist bei dir zu Hause privat, hast du einfach dann diese Belegexemplare, die du bekommst, die du veröffentlichst und das sind schon ein paar, ne? Das sind schon ein paar. Ich habe nicht genau gezählt, aber es dürfte ungefähr das 50. Buch sein. Wie gesagt, seit 43 Jahren mache ich das. 1980 habe ich mein erstes Heftchen gemacht und das neue Buch ist auch ein bisschen dicker als sonst. Es hat gut 300 Seiten und da war dann vorbei. Auch mit Gleitgel kriegte ich das da nicht reingedrückt. Also von daher muss ich jetzt ein neues Regal anfangen. Mal gucken, wie weit ich dann mit dem zweiten Regal komme. Ich bin 63, da wird nicht mehr so viel passieren, aber naja. Aber ist das sowas, du musst jetzt kein Datum oder sowas nennen, aber ist es so, dass du vorhast, also hast du perspektivisch schon so ein Ende deiner beruflichen Karriere, deiner Zeichenkarriere im Blick? Überhaupt nicht. Ich war nie jemand, der überhaupt in Zukunft denkt. Wenn ich ab und zu gefragt werde nach Rente oder so, das ist so weit weg. Eher so die Sorge, habe ich genug eingezahlt oder so. Aber dass ich aufhöre, dann müsste es mir schon sehr schlecht gehen. Also dieses Comiczeichnen mache ich. Ich lebe davon, ja. Und es ist natürlich wichtig, dass ich davon leben kann. Aber ich mache es wirklich nicht um das Geldverdienens willen, sondern weil ich einfach seit der Kindheit ein Geschichtenerzähler bin. Das will raus. Und ich habe immer zwei oder drei Ideen im Hinterkopf. Also bis ich den Stift zur Seite lege, da muss irgendwas sein, Krankheit oder Tod oder irgendwas Lästiges, was einem passieren kann. Aber du sagst, du machst es nicht des Geldes wegen. Du bist trotzdem jemand, der, und davon gibt es nicht allzu viele in Deutschland, vollumfänglich vom Comic schaffen lebt, richtig? Das ist richtig, ja. Genau. Und deswegen ist es natürlich immer auch jemand, es ist für uns so wichtig hier beim Tele-Stammtisch, der wir auch gehört werden von jungen KünstlerInnen, die auch teilweise ihre ersten Bücher veröffentlichen, auch so ein bisschen mal Erfahrungswerte mitzunehmen und Dinge zu hören von jemandem, der, wenn man nicht viel vom Markt, wenn man vom Markt sprechen will, die Szene schon ein bisschen länger begleitet und auch Teil von ihr ist. Und da frage ich mich jetzt schon, hast du Dinge wahrgenommen in den letzten Jahren, die sich so gravierend geändert haben, dass man quasi heutzutage anders ins Comics schaffen einsteigt, als es noch zu deiner Zeit gewesen ist? Das liegt auf der Hand. Also die Erfindung des Internets hat ja nun alles verändert. Und ich habe angefangen 1980, ich habe kleine schwule Comics gezeichnet für einen kleinen schwulen Verlag. Und das haben kleine schwule Menschen gelesen. Und dann schwappte das so ein bisschen über in die Studentenzähne als Geheimtipp. Also damals lag in der Luft, dass man schwulen Witze schon doof fand. Aber da war jetzt plötzlich ein schwuler, der selber Witze machte und das war wohl sehr befreiend. Also aus der, aus diesen Urzeiten des Comics Schaffens komme ich. Und ich war geprägt von den amerikanischen Underground Comics damals. Ich wollte Saugrams zeichnen, Crump und Gilbert Helton, wie sie alle heißen. Und heute würde ich sagen, ist es sehr viel schwerer wahrscheinlich für junge Talente, weil wenn sie das in der Regel dann posten und ins Internet setzen und wenn sie ein bisschen frech sind, ein bisschen satirisch, ein bisschen sarkastisch vielleicht auch, ein bisschen böse, sagen wir mal so, dann müssen die eben damit rechnen, dass sie sofort auch Gegenwind bekommen von Leuten, die das dann scheiße finden und so. Und das hatte ich ja nicht. Ich habe nie Gegenwind bekommen, außer mal vom Landesjugendamt Mitte der 90er Jahre in Bayern. Aber wie das heute so ist, dass das sofort alle sehen können und dass es geteilt wird und jeder seinen Senf dazu gibt, das ist glaube ich eine ganz grundlegende Veränderung. Da muss man echt Rückgrat haben und da in diesen PC-Zeiten auch, wo alles so ein bisschen ausgewogen und keiner will, dass man sich über ihn lächerlich macht oder so. Ich finde, das ist kein Zufall, dass ich als schwuler Zeichner ziemlich alleine da stehe. Es gibt noch schwule Zeichner, aber die machen eher so erotische Sachen, die jetzt nicht unbedingt wehtun. Wenn wäre, während ich mich bemühe, den Alltag so abzubilden wie bei Konrad und Paul, dass dann eben auch wie im neuen Buch jetzt auch mal irgendwelche non-binären und trans-Leute vorkommen und Konrad dumme Fragen stellt, das wäre wahrscheinlich, wenn ich jetzt anfangen würde mit Comics, würde ich mich das vielleicht schon wieder nicht trauen. Heutzutage ist die Szene super vernetzt. Man hat gerade so bei den Indies das Gefühl, jeder kennt jeden so ein bisschen und es gibt so Anlaufstellen. Wie war das eigentlich damals? Gab es damals schon so ein Künstlerinnennetzwerk? Gab es da schon irgendwas in der Richtung und sei es nur auf lokaler Ebene? Es gab ja nur uns drei. Es gab Walter Mörs, es gab Werner, andersrum Brösel mit Werner und es gab mich. Wir waren dieses Comic-Triumphirat und wir reden jetzt von Zeiten, als der Carlsen Verlag und der Andreas Knigge die ganzen französischen, belgischen Comics erstmal so nach Deutschland rüber brachte. Wir waren Brachland hier. Es gab Mickey Mouse und es gab Asterix und Fix und Foxy. Mehr gab es nicht und das merkt man ja auch immer noch, dass wir in Deutschland irgendwie so eine komische Haltung zu Comics haben, die sich nicht so richtig durchsetzen will. Ja, wenn ich daran zurückdenke, komme ich mir selber vor wie so ein Urgestein. Also die Zeiten haben sich wirklich sehr, sehr geändert und ich bin sehr dankbar, dass ich nach 43 Jahren immer noch hier bin in Erlangen jetzt zur Zeit und dass ich immer noch Signierschlangen habe, dass die Leute mich anstrahlen und das toll finden und mir oft sagen, dass sie sogar damals, dass ich da Coming-Out-Hilfe geleistet habe in den Comics, was ich ja gar nicht wusste oder wollte. Ich wollte einfach coole Comics zeichnen, aber offenbar hat das viele Leute damals sehr beeindruckt. Und aktuell stehen sie diesen langen Schlangen ja an, um bei der Egmont Comic Collection den Harter Pschücharta Comic zu kaufen. Vielleicht am besten mit deinen Worten, worum geht's, wovon handelt der Comic? Das ist der dritte Sammelband meiner Konrad und Paul Comics, die ich seit der Pandemie online stelle. Jetzt ist gerade Staffelpause, weil ich was anderes auf dem Tisch habe. Aber ich habe monatelang jeden Tag im klassischen Comic-Strip-Format wie die Peanuts oder so jeden Tag so ein Vier-Bild-Ding rausgehauen. Und das ist nach verwirrte Zeiten und nach Aber-Hallo ist das jetzt der dritte Band und das ist auch der dickste mit 300 Seiten. Und mir macht diese Form super Spaß. Also das ist ganz erstaunlich, wie sehr mich das kreativ pusht. Weil natürlich die Kommentare auf Facebook und bei Instagram, das ist wie Marathon laufen, die Leute stehen am Straßenrand und feuern einen an. Und ich habe keinen Plan. Ich zeichne einfach drauf los. Ich habe keine Geschichte im Kopf. Ich lasse es jeden Tag passieren und bin somit selber oft überrascht, wo es hingeht. Bisher ist es mir auch noch nicht passiert, dass ich mich in eine Sackgasse geschrieben hätte. Es war immer ein geschmeidiges Ende. Nur bei diesem letzten Buch war das Ende eben, das konnte ich nicht abwürgen und deswegen wurde das Buch dann immer dicker. Also 300 Seiten ist auch schon ordentlich, ja. Ja, es sind ja auch, das ist ja das Ding, letztlich sind es Web-Comics, sie erscheinen im Web. Das heißt, es gibt eine sehr hohe Community-Bindung. Die können dem Grunde nach nicht nur liken, die können vor allem auch kommentieren. Die können dem Grunde nach auch mit dir in irgendeine Interaktion treten. Und es ist immer wieder faszinierend, dass diese Web-Comics, egal auf welchen Plattform sie erscheinen, in dem Fall halt eben auf Instagram und Facebook waren, das hattest du, glaube ich, gesagt, dass sie dann auch gedruckt nochmal funktionieren. Wie sieht es denn aus, die Leute, die bei denen in der Signierschlange stehen, kommen die und sagen, hier, ich habe es auch online gelesen, jetzt will ich es natürlich nochmal signiert im Schrank stehen haben. Was für Menschen kommen auf dich zu und kaufen jetzt den Sammelband? Es kommt beides vor. Es kommt Leute, also manche Leute sind nicht bei Facebook und lesen es dann eben auch nicht, freuen sich aber über ein neues Buch von mir. Und die kennen das ja alles noch gar nicht, für die muss es ja noch toller sein. Aber es gibt natürlich viele, die das die ganze Zeit gelesen haben über viele Monate und sich freuen, dass es jetzt gesammelt vorliegt. Außerdem darf ich bei Facebook ja einiges auch nicht zeichnen. Also so, wenn ich mal Lust habe, mal einen dicken Pimmel zu zeichnen oder so, dann habe ich ja da schon Probleme. Ist mir auch schon öfter passiert, dass ich da bestraft wurde. In der Reichweite, sie würden... Ja, ja, aber auch wegen, das ist ja noch schlimmer, also auf die Pimmel könnte ich vielleicht noch verzichten, aber wenn es in der Sprache ist und ich stelle mir da so Roboter vor, die so über die Text gehen und wenn da... Gut, ich habe diese Figur Paul, das ist so ein kleiner, schwuler Ledermann und der hat eine homophobische Schwester, die ist total hysterisch. Wenn diese Schwester Paul beleidigt, er sei eine Tunte und so, dann kann ich das bei Facebook fast nicht machen, weil auch in der Übersetzung, ich habe nicht nur die Comics, das ist kein Problem, diese Roboter scheinen die Sprechblasen gar nicht zu verstehen. Aber die Übersetzung, ich hatte immer eine englischsprachige Übersetzung als Textblock unter dem Comic und wenn da ein Fag steht für Tunte oder sowas, dann ist das ein Schimpfwort, das ist dann Hassrede und zack, bist du nicht nur verwarnt, man wird ja nicht verwarnt, man wird ja sofort irgendwie entweder gesperrt oder in der Reichweite beschnitten. Das ist eine Herausforderung, aber die ich auch kreativ angehe. Ich versuche da so Slalom zu fahren und das zu erzählen, was ich erzählen will, nur eben diese Richtlinien dann doch zu beachten, aber alle Leute verstehen, worum es geht. Das muss ja auch eine enorme kreative Herausforderung sein, die Dinge, die man eigentlich machen will, halt in irgendeiner Form zu präsentieren. Das klingt ja schon ein bisschen nach Zensur. Naja, sicher, sicher, das ist sogar höchst ärgerlich und auch vielleicht ein bisschen gefährlich, weil ich finde, dass wir in den 80er und 90er Jahren schon sehr viel weiter waren als jetzt, wo durch diese amerikanischen Prüderie-Technik, also andersrum, jetzt wo die Amerikaner mit ihrer Prüderie durch diese Facebook- und so Technik zu uns kommen, mit diesen Regeln, das nehmen die jungen Leute ja dann auch an. Und plötzlich sind dann so Worte, die wir ganz normal fanden, sind dann plötzlich auf so einer Liste, die man nicht sagen darf. Und das finde ich schon ärgerlich auch. Sind denn im Buch Dinge drin, die du fürs Internet entschärft hast? Meiner Meinung nach nicht nur die Wortwahl, sondern auch meinetwegen Explizität. Sind da Dinge drin, die wir so online noch nicht gesehen haben? Also entschärft habe ich nichts. Ich habe immer das gezeichnet und auch sprechen lassen, was ich wollte. Aber ich habe im Buch ein paar Seiten mehr, also zusätzlich. Also es geht zum Beispiel, da gibt es eine Silvesternacht und Paul kommt völlig mit Drogen bedröhnt wieder zurück nach Hause zu Konrad. Aber wir haben online jetzt nicht gesehen, was auf dieser Party passierte. Und das habe ich dann mit großem Spaß fürs Buch dann nachgezeichnet. Also es sind einige Seiten mehr drin. Und Buch ist cooler, sage ich mal. Papier ist cooler. Die Verlage lecken sich die Finger nach irgendwas, was irgendwie aufregend ist. Während man bei Facebook ja immer aufpassen muss, dass es dann... Ich habe allerdings bei Aber Hallo, dem Buch vorher, auch eine Sammlung dieser Konrad und Paul-Geschichten, habe ich Paul gerne an... Das ist wieder so ein geiler, beharrter Typ, auf dem Paul scharf ist. Und der lässt sich gerne den Daumen lutschen. Und das ist natürlich, alle verstehen, um was es geht. Paul dreht am Rad, weil Daumen lutschen ist ja am Ende ja doch nicht so befriedigend. Aber das ist dann wieder eine gute Idee, weil es ja lustig ist. Also mir ist es immer wichtiger, dass es lustig ist. Es soll nicht geil sein. Das ist es ja sowieso nicht mit Knollennasen. Und die Idee, dass der sich nur den Daumen lutschen lässt, irgendwie, das hat sehr viel Witz hergegeben. Ja, und tatsächlich, also auch so großer Fan, ich beispielsweise von digitalen Comics auch bin, machen wir uns nichts vor, so ein Tablet und so ein Handy lassen sich halt voll schlecht signieren. Auf Dauer ist das echt keine Lösung und es sieht auch nicht so gut aus im Schrank. Jetzt sind wir hier beim Comicsalon, beim internationalen Comicsalon. Und als jemand wie du, der vermutlich einige Ausgaben des Comicsalons mal mitgenommen hat, würde mich durchaus mal interessieren, wie du das aktuelle Jahr wahrnimmst. Wir haben jetzt vermehrt zum Beispiel auch Inhalte im Bereich Manga. Hast du schon Gelegenheit gehabt, dir den Salon ein bisschen anzugucken? Was sind deine Wahrnehmungen von diesem Jahr? Also A, es ist leider sehr verregnet. Man rennt von einem Pavillon zum nächsten, der überfüllt ist. Das ist ein bisschen stressig, sonst hat man gern mal im Schlosspark gesessen, mit Kollegen sich getroffen oder so. Das fiel leider, ist alles ein bisschen weg. Und zweitens, ich bin, aber das ist bei jedem Comicsalon der Fall, ich bin ziemlich eingespannt. Also ich habe mindestens zwei Termine tagsüber zum Signieren. Dann sitze ich dann da und komme kaum dazu, auch mal eine Ausstellung zu sehen oder so. Ich war gestern immerhin bei der Max- und Moritz-Preisverleihung und habe für mich so festgestellt, das ist fast Avantgarde, wo die Szene so hingeht. Also ich habe ganz viele so für den Preis nominierte oder auch Sieger Titel gesehen, wo ich vom Strich her finde, wow, das ist aber jetzt echt gewagt. Spricht mich nicht unbedingt an so. Springt mir als Zeichnung nicht gerade sympathisch entgegen, aber ich merke, dass das geht wirklich neue Wege, wo ich alter Sack vielleicht nicht mehr so mitkomme. Erinnert mich ein bisschen an die Kunstakademie früher. Ich war ja ein Läufer einer Kunstakademie. Und da waren auch sehr seltsame Sachen zu sehen. Also jetzt nicht unbedingt Comics, aber das finde ich schon erstaunlich, dass solche Titel die Preise gewinnen. Ja, tatsächlich, man hört es immer mal wieder, dass der Salon tendenziell eher so Richtung Formetto tendiert. Also diese Kunstgerichte, ein bisschen akademischere Geschichten auch. Und es ist ja auch eine Entscheidung, die man treffen kann. Interessant ist dann immer nur für die Verlage, mit denen ich viel zu tun habe, die sagen mir, es wäre doch schön, wenn sie einfach eine klare Zielsetzung machen würden. Wenn sie sagen können, okay, was ist denn sinnvoll, eins zu erreichen? Das hat eigentlich auch gar keine Chance, weil es vielleicht auch an diesem Platz nicht hat. Mangelt es also an einem eher mainstreamig ausgerichteten deutschen Comicpreis? Darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht. Ich war ja selber auch mehrfach schon Max und Moritz Gewinner. Und mein Ziel ist ja nun nicht sehr ausgefallen. Also ich glaube, die sind für alles offen. Aber in diesem Jahr habe ich so gesehen, wow, das geht schon in Richtung, wo ich, das ist wirklich dann eher Kunst. Oder dieses Ding zu unterhalten und vielleicht leicht unterhalten zu werden. Aber das ist sowieso in der Comicszene zu beobachten. Und da finde ich diese Augengard-Sachen sogar noch interessanter. Für mich waren Comics für Erwachsene in meiner Jugend und in meinen Anfangszeiten war Schweinkram. Das war Comics für Erwachsene, wo gefickt wurde, wo gekifft wurde. Freak Brothers, Fritz the Cat und so. Heute sind Comics für Erwachsene sehr mit Anspruch überladen. Also das sind dann so die Biografie von Otto von Bismarck oder von Hannah Arendt oder keine Ahnung, Hitler und alles, was irgendwie nach Anspruch klingt. Da gibt es inzwischen ein Comic von. Das, muss ich sagen, langweilt mich ein bisschen. Wenn ich jetzt über so eine historische Person was wissen will, dann würde ich persönlich jetzt nicht unbedingt zum Comic greifen. Da würde ich mir ein Sachbuch kaufen oder irgendetwas, was da so in die Tiefe geht. Mag es einen Verlag dafür geben, aber ich bin halt ein alter weißer Mann. Ich wünsche mir so ein bisschen so eine Leichtigkeit und so eine Frechheit auch zurück. Gerade im Comic und Cartoon schreit es einen doch an, was man alles machen könnte. Aber die Zeiten sind anders geworden. Das ist wirklich auch ein riesengroßes Thema. Auch im Bereich Förderung sieht das ja genauso aus. Ist das das, was du präsentierst, auch das, was das Publikum sehen will? Was kauft das Publikum eigentlich? Sind die Dinge, die wir nicht sehen, trotzdem große Zahlen, weil das Publikum es auch kauft, ohne dass dafür in irgendeiner Form Marketing und Interviews zum Beispiel auch in Podcasts stattfinden? Also es ist immer so ein bisschen die Frage, was bietest du dem Publikum an und wie präsentierst du auch die Gattung Comic insgesamt? Und ich glaube, da ist noch viel Bewegung drin. Andererseits ist es ja vielleicht gar nicht schlecht, wenn man grundsätzlich erstmal eine breite Auswahl anbietet. Aber ich stimme dir zu in der Wahrnehmung, dass das vielleicht so leichte, lockerflockige Unterhaltung für zwischendurch, die so ein bisschen mehr Alltäglichkeit in den Comic bringen würde, dass die unter Umständen nicht mehr so repräsentiert ist wie früher. Ich kann mir vorstellen, dass es so eine Wellenbewegung ist, weil wir sind ja gerade in einer Phase, wo man mit diesem Begriff Graphic Novel den Buchhandel auch erreichen will. Und darüber steht der erhobene Zeigefinger, Comics können aber auch intelligent sein. Das ist kein Schund und nicht für Kinder, sondern das ist für Erwachsene und so. Und deswegen haben wir jetzt Albert Einstein und so. Also ich kann mir vorstellen, dass es demnächst auch mal wieder so eine Rückbesinnung gibt auf Inhalte, die vielleicht ein bisschen derber sind und nicht so bierernst daherkommen. Wir werden es sehen, ich bin sehr gespannt und würde mich freuen, in einigen Jahren nochmal mit dir auch zu besprechen zu können. Lieber Ralf, vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du genommen hast, heute hier mit uns zusammenzusitzen und ein bisschen über dich, deine Arbeit und die Szene und die Tendenzen und viele weitere Themen zu sprechen. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß hier beim Salon. Dankeschön. Und viel Kraft vor allem auch. Danke, danke, danke. Das letzte Gespräch des heutigen Tages, das widmet sich einem jungen Mann, der hat aktuell was bei Splitter veröffentlicht. Wir hatten noch nicht die Gelegenheit, uns kennenzulernen. Ich hatte allerdings total Lust auch vor allem auch zu sein aktuelles Werk, erschienen bei Splitter, weil ich denke, dass es ein wichtiger Comic ist, auch ein Comic, der in vielerlei Hinsicht auch Verwendung finden kann. Unter anderem könnte ich mir den auch sehr gut als Material an Schulen zum Beispiel vorstellen. Ich bin sehr gespannt, über was wir uns heute unterhalten werden, weil ich glaube, wie gesagt, dass das ein wichtiges Werk ist und ich bin doch sehr gespannt, warum er es gemacht hat. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du? Hoi, ich bin der Patrick. Ja, und ich bin der Zeichner und Autor dieses Buchs, genau. Ja, der Zeichner und Autor dieses Buchs, das heißt Games. Darauf werden wir gleich auch inhaltlich nochmal zu sprechen kommen. Vielleicht kannst du mir den Gefallen tun, uns den Gefallen tun, dich dem Publikum mal kurz selbst vorstellen. Ich bin eben, wie gesagt, Patrick aus der Schweiz. Ich bin selbstständiger Illustrator. Das heißt, mein Beruf ist es, Werbesuggest zu zeichnen und zu malen. Und dieses Buch ist mein erstes Comicbuch und auch eine ganz neue Erfahrung, weil es war sehr viel Recherche. Es war nicht nur Zeichnen, es war auch sehr viel Hintergrundrecherche, eigentlich eine journalistische Arbeit und das war doch recht ungewohnt. Sehr viele Interviews, auch das etwas, was ich noch nie gemacht habe und war eine schöne und spannende Erfahrung. Es ist ein Buch, das sich mit Flüchtlingsthemen beschäftigt, mit verschiedenen Einzelbeispielen, auch von flüchtenden Personen zeigt. Was war denn deine Motivation, das Ganze denn auch noch in einen Comic zu packen? Gerade wenn du sagst, das erste dieser Art für dich. Genau. Also ich wollte schon immer mal einen Comic machen oder eine Graphic Novel. Das war so ein Kindheitstraum von mir. Und das Thema ist mir wie ein bisschen zugeflogen. Also es war eine Zufallsbegegnung eigentlich von einem jungen Afghanen, den ich auf einer Geburtstagsfeier getroffen habe. Und er hat einfach von sich aus mir ein bisschen erzählt von dieser Flucht. Ich habe mich da auch nicht getraut, dem irgendwie nachzufragen oder so, aber er hat das einfach so offen erzählt. Und in dem Moment habe ich einfach gemerkt, hey, das wäre eigentlich das ideale Thema, um es als Graphic Novel zu zeigen, weil er hatte keine Bilder von dem, aber er möchte es trotzdem begreiflich machen, was er alles erlebt hat. Und ich glaube, Graphic Novel eignet sich sehr, sehr gut für diese Thematiken. Und es gibt viel zu wenige davon eigentlich. Absolut. Das ist nämlich auch so eine Mischform, so ein bisschen dein Comic. Wir haben ja tatsächlich einige Informationen, die du reinbaust und uns auf verschiedene Arten und Weisen dann präsentierst. Denn es ist ja irgendwie auch ein Sachbuch. Es ist zumindest eine Art Sachcomic. Würdest du mir da zustimmen? Auf jeden Fall, ja. Also ich sage immer, es ist 50 Prozent Sachbuch, 50 Prozent Comic. Wenn man Comics liebt, denkt man wahrscheinlich, oh, viel zu viel Text und viel zu viele Infografiken. Und die meisten Leute sind ja eher nicht Comics gewohnt. Die denken, oh, es ist aber viel Comic in diesem Sachbuch drin. Aha, was solltest du denn? Dein Werk heißt Games. Das haben wir noch gar nicht erwähnt, aber wir sollten vielleicht mal tun. Und ich habe den Eindruck, es geht hier nicht um Super Mario, oder? Genau. Also Game ist ein stehender Begriff. Und das wird so verwendet, dass man sagt, ich habe ein Game gemacht oder ich bin in ein Game gegangen, um über eine Grenze zu kommen. Das ist ein Begriff, der in diesen Interviews immer wieder gefallen ist, auf Englisch auch, obwohl die Interviews auf Deutsch waren. Und es gibt mehrere solcher Wörter. Es gibt auch den Boss für den Schlepper und so weiter. Das ist im Sprachgebrauch. Und ein Game ist eigentlich wie ein Versuch, die Grenze zu überqueren und ein Test des Schicksals eigentlich. Also es ist viel mehr als ein Game. Es ist nicht ein Spiel im Sinn von ein lustiges Spiel, sondern ein Spiel mit dem Leben. Genau. Vielleicht kannst du uns auch mal erzählen, worum es im Buch dann konkret geht. Es sind nämlich tatsächlich sehr viele, ja ich benutze das Wort menschliche ständig, aber es ist menschlich hier sehr. In dem Buch, worum geht es eigentlich? Es geht darum, wie man aus Afghanistan nach Europa flüchtet. Und zwar wollte ich es zeigen, aus der Perspektive der Flüchtenden selbst. Also sie haben selbst die Möglichkeit, in ihrer Sprache diese Geschichten zu erzählen. Die Sprechblasen sind alles Interviewtexte. und gleichzeitig zeige ich eine quasi eine Aussenperspektive, die ich mit einer ziemlich langen Recherche diese Themen aufgearbeitet habe. Und diese Fragen, die sich mir auch selbst gestellt haben, denen bin ich nachgegangen. Also zum Beispiel, wie arbeiten Schlepper? Wie organisiert man eine Flucht? Wie kann man auch Geld verschieben, ohne eine Bank zu haben oder eine Kriegkarte? Wie funktioniert das Asylwesen im Iran und so weiter? Wie treffen die Leute ihre Entscheidungen und warum? Und das sind alles Fragen, die sich mir gestellt haben in diesen Interviews. Und die habe ich mir dann selbst und eben auch hier den Lesern eigentlich beantwortet. Du beginnst den Comic mit auch wirklich sehr viel erklärenden Inhalten. Ich habe so viele Zahlen hier wahrgenommen und ich war ganz überrascht davon, wie gern ich das gelesen habe. Denn im gewissen Rahmen sind Sachbücher auch immer durchaus in der Lage, mit zu viel Text, zu viel Information auf letztlich eine trockene Art und Weise, die Lesenden zu erschlagen. Aber dir gelingt es hier, wie ich finde, durchaus eben auch durch die Kombination mit Illustrationen hier jede Menge Informationen unterzubringen. Unter anderem zum Beispiel eben auch zur Geschichte Afghanistans. Wie ist dieses Land eigentlich zu dem Zustand ja letztlich gekommen, in dem es sich aktuell befindet? Erzähl mal, wie bist du da rangegangen, das so zugänglich zu machen? Ja, es ist auch ein bisschen mein Beruf. Also ich bin mir das beruflich gewohnt, viel Inhalt auf wenig Raum herunterzubrechen. Das ist auch eine Grundherausforderung in der Werbung. Man bekommt ein großes Briefing und man hat aber nur eine A4-Seite Platz zum Beispiel. Oder ich sage jetzt im Editorial-Bereich für Magazine. Die Redaktoren hätten gern sehr viel Inhalt, aber auf sehr wenig Raum und das war eigentlich dieselbe Herausforderung hier. Also zum Beispiel über die Geschichte Afghanistans habe ich mehrere Bücher gelesen. Das waren hunderte von Seiten. Und danach musst du die auf zwei Doppelseiten reduzieren. Das war wirklich eine Herausforderung. Also es war wirklich schwierig. Es sieht dann so kompakt und leicht zugänglich aus, aber es ist viel Arbeit dahinter. Und du gibst uns Lesenden damit die Möglichkeit, überhaupt erstmal einen Zugang zum Thema zu finden, eine Einordnung treffen zu können. Und dann gibt es ja die Momente, wo du uns die Geschichten der einzelnen Personen präsentierst. Du hast von den Interviews gesprochen, die du geführt hast, mit verschiedenen Menschen. Was waren das für Menschen? Warum hast du gerade die und deren Geschichten ausgewählt? Ich wollte, dass es ein möglichst guter Querschnitt ist durch diese, ich sage mal, diese Bevölkerung, die hierher kommt. Es war aber eigentlich eine Zufallauswahl. Es war diese Person, die ich per Zufall kennengelernt habe. Und danach eigentlich die ersten vier Personen, die sich bei mir gemolden haben, nachdem ich bei den Sozialämtern angefragt habe, hey, ich mache ein Projekt, habt ihr Leute, die Lust haben, da mitzumachen? Und diese Leute haben sich freiwillig gemeldet, das ist vielleicht auch wichtig zu wissen. Das heißt, es sind sicher nicht die allerschlimmsten Geschichten, die passiert sind auf diesem Weg. Weil sie es überlebt haben allein schon. Genau, sie sind auch hierher gekommen. Die meisten kommen nicht hierher. Die meisten stranden im Iran oder in der Türkei oder in Pakistan. Und diese Leute wollen auch erzählen. Die haben das auch aus Form der Therapie, glaube ich, genutzt für sich selbst. Aber trotzdem, ich weiß durch viele Gespräche, die ich geführt habe, auch im Nachhinein, dass es ein guter Schnitt durch diese Bevölkerung ist, die hierher kommt. Sehr verschiedene Hintergründe, sehr verschiedene Fluchtmotive. Auch vier junge Männer, eine junge Frau. Eigentlich ungefähr das Verhältnis, wie die Leute hier auch kommen. Mittlerweile noch weniger Frauen, muss man sagen. Noch viel weniger. Weil es sind noch sehr viel schwerer fällt, das Land zu verlassen? Ja, und weil der Weg einfach so schwer ist, dass eigentlich nur Männer, ich sag mal, flüchten oder ja. Man muss sich ja vor Augen führen, dass da Menschen ihre Geschichte erzählt haben, die haben ein Trauma erlebt. Das ist ja nicht irgendwie, die sind ja nicht mal eben einfach mal so drei Tage wandern gegangen oder so. Das ist schon ein richtiges Trauma, was sie erlebt haben. Und die Gründe auch für die Flucht, die sind ja im Regelfall, also auch, die sind da nicht ohne Grund gegangen. Vielleicht kannst du uns, dem Publikum auch einfach mal exemplarisch mal eine Geschichte rausfischen und uns die mal nahelegen. Wie war da die Situation? Okay. Also ein Interview, das auch für mich ein bisschen schwierig zu führen war, weil er doch relativ dramatisiert war, ist eine Geschichte von einem jungen Mann. Der ist mit 14 geflohen und der hat seine Großeltern verloren. Die Taliban haben die erschossen. Und sie sind dann zuerst nach Kabul geflüchtet, in die Hauptstadt von Afghanistan, zum Onkel der Familie. Und sie sind dort geblieben, mehrere Wochen und es gab einen Selbstmordanschlag in der Zeit, bei dem auch dieser Onkel beide Beine verloren hat. Der war nachher einfach im Rollstuhl, er hat es überlebt, aber ohne Beine. Und die Familie hat dann entschieden, dass es einfach keine Zukunft gibt für sie in diesem Land. Sie haben auch früher viel Hunger gelitten. Es gibt keine Arbeit. Es ist eine Mischung aus Perspektivlosigkeit und Angst an der Stelle, wo sie sagen, hey, wir gehen jetzt in den Iran. Und vom Iran gingen sie dann weiter. Das ist eine übliche Vorgehensweise. Also man arbeitet vielleicht ein paar Monate im Iran, spart Geld zusammen, um dann weiter in die Türkei zu flüchten. In der Türkei merkt man dann, oh, es gibt hier keine Möglichkeiten für uns. Wir werden, sobald wir entdeckt werden, direkt zurückgebracht nach Afghanistan. Man lebt dort unter ziemlich schwierigen Bedingungen in Schwarzarbeit und so weiter. Der junge Mann verliert dort auch seine Familie. Sie werden getrennt auf der Flucht. Auch die Umstände, wie man überhaupt in die Türkei kommt, sind brutal. Also es ist wirklich, man muss da über die Berge an der Grenze zwischen Türkei und Iran und dort wird auch mit scharfer Munition geschossen. Manchmal in die Luft, manchmal aber auch auf die Leute. Das ist auch nachgewiesen. Und ja, nachher geht es weiter. Man kann entweder übers Meer gehen oder übers Land. Dieser junge Mann ist dann über den Fluss, über den Evros mit einem Boot gefahren. Und dort geht es dann eigentlich erst richtig los durch den Balkan. Also es ist wirklich mittlerweile seit 2016 eine sehr, sehr schwierige Route. Und deshalb kommen auch kaum mehr Frauen nach Europa, weil es einfach so körperlich herausfordernd ist, dass du ständig Gefahr läufst zu erfrieren, wenn du zum Beispiel im Herbst gehst oder im Winter. Ja, und es ist eine wirklich lange, lange Reise, die er dann zurücklegt, um hierher zu kommen. Und mit ihm, das Interview mit ihm war auch sehr schwierig. Er wollte erzählen, aber es fiel ihm auch sehr schwer. Bei der Frankfurter Buchmesse habe ich ein Interview geführt mit jemandem, der, glaube ich, beim Avant Verlag war es, eine Impfheitsgeschichte erzählt von flüchtenden Personen, die über die Seenotrettung quasi gekommen sind. Und auch da wird recht schnell klar bei der Lektüre des Buches, dass nur, weil sie es vielleicht irgendwann geschafft haben nach Europa, das lange nicht bedeutet, dass es dann besser wird. Weil die Willkommenskultur in Europa sicherlich eine ist, über die man ausgiebig sprechen muss. Vielleicht ist sie auch einfach gar nicht vorhanden. Ist das eine Perspektive, die diese Menschen dann haben, dass sie wissen, dass es vor Ort auch nicht perfekt wird? Ich glaube, die Informationen, die sie vor der Flucht haben, sind sehr unterschiedlich. Ich glaube, manche haben wirklich eine rosige Vorstellung, wenn sie hierher kommen. Andere wissen schon, dass die Flucht sehr schlimm wird und dass es hier einfach anders ist. Also ich habe so mitbekommen, dass sie wirklich keine einzige Vorstellung von Europa haben. Keine Bilder im Kopf. Aber sie hören, viele Leute gehen dorthin. Ich gehe jetzt auch dorthin, weil hier ist es nicht gut. Also die Informationslage ist wirklich sehr dürftig, kann man sagen. Und wenn sie hier ankommen bei, ich kann es jetzt aus der Schweizer Perspektive sagen, sie sind sehr dankbar, dass sie hier sein können. Sie freuen sich sehr, sie geniessen das. Sie wollen nicht zurück, natürlich, aus verschiedenen Gründen. Aber sie kämpfen auch im Alltag einfach mit dem Ganzen, mit der Umstellung, mit wenig Geld, mit am Anfang in der Sozialhilfe. Die eine, die ihm im Buch erzählt hat, auch ein kleines Kind. Es ist sehr schwierig, dadurch sich durchzukämpfen. Es ist wirklich, und ich habe das dann auch selbst halt ein bisschen mitbekommen, als wenn ich mit ihnen auch in der Freizeit unterwegs bin. Es ist ein anderes Leben, wenn man da ankommt und sich was aufbaut. Und der Wille zum Aufbauen, der ist, glaube ich, sehr da. Das habe ich auch von den Ämtern gehört. Gerade die Leute aus Afghanistan, sie wollen hier wirklich was erreichen, die allermeisten. Lass noch auf jeden Fall zu Stilistik, auf die Stilistik zu sprechen kommen, denn es ist halt auch ein Comic und natürlich hast du da jede Menge tolle Artworks drin. Die sehen wirklich toll aus. Ich finde gerade, das ist auch was von, die Gesichter halt, mir sind die Gesichter so in Erinnerung geblieben. Ich habe den Eindruck, als war dir sehr wichtig, hier eben auch Emotionen über Gesichter, über Augen, über sonst was zu transportieren, was dir auf jeden Fall auch gelungen ist. Vielleicht kannst du mit deinen eigenen Worten so ein bisschen deinen Stil beschreiben, indem du Games erstellt hast. Ja, ich mag sehr dynamische Bilder, sehr cineastische Bilder, das gefällt mir sehr. Ich hätte gerne noch viel mehr Action, viel mehr Dynamik reingebracht. Ich musste ein bisschen schauen, dass es trotzdem, das ist ja kein Superhelden-Comic oder kein Fantasy-Comic. Es sind echte Geschichten von echten Menschen und ich wollte es auch nicht überhöhen oder irgendwie zu einem Action-Spektakel verkommen lassen. Aber mir macht es sehr Freude, so starke Kompositionen zu kreieren und starke Linien und dynamische Linien. Das macht mir richtig Freude. Und ist es ein Comic, der, es ist ja ein Comic, der ist prädestiniert dafür, dass er auch als Aufklärung einfach letztlich dient. Ich kann mir den sehr gut an Schulen vorstellen, aber es müssen nicht nur Schulen sein. Ich habe das eben auch gern gelesen, habe auch durchaus einiges dabei gelernt. Wer sollte diesen Comic lesen? Dieser Comic richtet sich wirklich an die breite Bevölkerung, würde ich sagen. Es ist kein Nerd- und Nischen-Comic, finde ich. Ich habe den so gemacht, dass sie ihn wirklich alle einfach, er soll zugänglich sein. Er soll mit bunten und einladenden Bildern und interessanten Infografiken dazu einladen, das irgendwo aufzumachen und irgendwo anfangen zu lesen. Egal ob am Anfang oder in der Mitte, völlig egal. Und ja, es ist eine Form von Infotainment. Ich glaube, es ist ein schweres Thema. Die allerwenigsten werden dafür ein Buch lesen, manche vielleicht eine Dokumentation schauen. Und ich wollte damit einfach einen niederschwelligen Einstieg in so ein schweres Thema bieten. Und ich glaube auch, dass dir das gelungen ist. Wie sieht es dir eigentlich beim Salon aus? Das ist jetzt eine Neuerscheinung. Hat das Publikum das schon gelesen? Hast du schon Feedback bekommen von den Menschen, die hier bei dir anstehen, auch eine Signatur zum Beispiel von dir wollen? Ich habe schon sehr viel Feedback bekommen. Ich bekomme auch viele Mails dazu. Das gefällt mir sehr. Hier beim Salon habe ich viel auch Komplimente bekommen. Aber ich stehe natürlich neben den Größen, wie Marini hat heute gegenüber von mir signiert. Und da ist eine Riesenschlange. Und bei mir ist dann, ja, am Ende der Stunde ist dann nicht mehr viel los. Aber es ist okay so. Es macht Spass. Es ist eine tolle Erfahrung. Und es ist auch dein Debüt. Marini hat schon ein bisschen mehr gemacht. Genau. Aber es ist noch Luft nach oben. Aber es war eine sehr schöne Erfahrung. Eine sehr schöne Erfahrung war auch dieses Gespräch. Vielen, 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 vielen Dank für die Zeit, die du genommen hast, heute hier über dich und deine Arbeit zu sprechen. Und auch für das Werk, von dem ich glaube, dass es viele Menschen lesen sollten. Danke dir. Herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss. Der Sonntag des Comicsalons hat begonnen. Wir sitzen ganz früh am Morgen, tatsächlich an einem trockenen Morgen, hier im Podcaststudio und zeichnen heute hier die letzten Interviews mit auf. Und ich freue mich sehr, dass sie wieder da ist. Wir haben uns schon immer wieder mal getroffen. Sie ist Comic-Künstlerin und sie hat hier auch schon mal beim Tele-Stammtisch präsentiert, was sie da so macht in ihrem Comic. Und vor allem, wo man überall bekommen kann. Und wir gucken mal, was wir jetzt einfach so besprechen. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du? Guten Morgen, ich bin Julia Beutling. Einen wunderschönen guten Morgen, Julia. Sag mal, wie geht's dir? Nach vier Tagen Salon? Salon ist immer schön. Und ich kann nicht sagen, dass es mir schlecht geht. Ich meine, man kann immer mehr Geld verdienen, aber es macht total Spaß. Ich treffe unglaublich viele Leute. Ich rede mit unglaublich vielen Leuten. Ich habe natürlich als Ausstellerin nicht so viel Zeit, mir die ganzen Events anzugucken. Ich habe zwei Ausstellungen geschafft. Ich hoffe, ich schaffe heute noch ein paar mehr. Aber die Zeit ist knapp. Absolut. Und ab und zu muss ich auch am Stand sein. Also mal schauen. Und ich drücke mir selber die Daumen. Mega. Du hast gemeint, am Stand ist also generell Zeit ist knapp und so. Dies Jahr haben wir ja vier Hallen. Und Bezeichnung Halle ist ja immer so eine relative Bezeichnung auch im Endeffekt. Wir haben ganz unterschiedlichste Locations. Du bist in Halle D. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen. Wir hatten es auch gerade mit Luftfeuchtigkeit in anderen Hallen. Wie geht es dir in Halle D? Wie sind deine Eindrücke von der quasi neuen Halle? Also als am Ort, um da seinen Stand zu haben, ist das prima. Ja, es ist trocken. Wir haben keinen Schlamm. Man muss natürlich eine Treppe hoch, aber ich glaube, es gibt ja auch einen Aufzug. Das heißt, jeder, der hin will, kommt da hin. Wir haben nicht dieses Problem, was wir jetzt von anderen Hallen gehört haben, dass die sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit haben. Also unsere Sachen sind gut geschützt. Da wir jetzt nicht direkt im Park sind oder direkt am Schlosspark sind, wo die anderen Hallen sind, habe ich das Gefühl, nicht so viele Leute kommen bei uns vorbei. Theoretisch sind wir direkt am Park, ja. Aber wir sind so ein paar Meter weiter weg im Redoutensaal, einfach in einem Nebengebäude. Aber das ist auch, ich glaube, subjektiv, weil die Leute in Halle C haben mir erzählt, die haben das Gefühl, bei uns sind mehr Leute. Okay, okay. Also meckern kann man immer. Aufgrund der Situation mit dem Wetter, die dieses Jahr ein bisschen angespannter war als in den letzten Jahren, habe ich auch den Eindruck, als wir insgesamt einfach etwas weniger Publikum unterwegs. Einfach da verkriechen die sich alle drin. Und ich denke auch, die Fans, die sind wahrscheinlich alle da. Klar ist man dann da. Aber so diese Laufkundschaft ist unter Umständen einfach deutlich weniger. Es ist jetzt mein zweiter Salon als Ausstellerin. Ich habe nicht so die Vergleichsmöglichkeiten. Ich habe auch heute andere Sachen dabei als beim letzten Mal. Und ich verkaufe keine Bücher aktuell. Und persönlich habe ich das Gefühl, wahrscheinlich ist es ja Salon ein Ort, wo man gut Bücher verkaufen kann. Nächstes Jahr habe ich ein paar dabei. Dies Jahr. Nicht so viele. Gar nicht. Gar nicht. Letztes Jahr habe ich alles abverkauft, was ich an Büchern hatte. Und es waren auch keine Comics. Es waren nur Artbooks. Und ja, nächstes Jahr habe ich ein Comic dabei. Vielleicht nochmal kurz den Vergleich, Leipziger Buchmesse zum Beispiel kennst du ja auch und auch andere Veranstaltungen. Wie ordnest du den Salon da ein? Was ist das eigentlich hier für eine Veranstaltung? Gerade im Vergleich auch zu anderen, zum Beispiel zur Leipziger Buchmesse. Auch wenn man sich das Publikum anschaut, hast du da Eindrücke, sind die vielleicht anders als bei den anderen Veranstaltungen? Naja, der Salon ist halt was Besonderes, weil es halt, also es ist mein liebstes Comic-Event in Deutschland. Es ist halt einfach eine Veranstaltung, bei der es um Comics geht, spezifisch. Und auch nicht um Merch und auch nicht um Literatur, sondern einfach um Comics. Und das ist, ich habe ja einen Comic, den man noch nicht gedruckt bekommt. Und das heißt, der liegt da aus zum Durchblättern. In den meisten anderen Veranstaltungen gucken die Leute, was kann ich hier kaufen? Kann ich hier Sticker kaufen oder so? Und dann so, ach, da liegt ein Comic, okay. Und hier ist es so, oh, da liegt ein Comic, ich gucke mal rein. Ja, das ist einfach ein ganz anderes Interesse hier. Und das ist schön. Das ist schön. Und ich war in Anguläm im Januar und auf dem internationalen Comic-Festival dort und habe gepitcht. Und ich sehe die Parallelen. Also ich weiß jetzt, warum man sagt, Erlang ist die kleine Schwester von Anguläm. Also es ist schon dasselbe Grundkonzept, nur halt deutlich geschrumpft. Aber es ist schon klar, wo die sich orientieren. Das ist schön. Anguläm ist auch super toll. Da musst du einfach einmal kurz davon erzählen, weil da habe ich richtig Bock drauf. Ich habe gehört, man kriegt genau gar kein Hotel. Also es ist schon irgendwie auch schwierig, da unterzukommen. Du warst so halb, also warst du als Ausstellerin dann auch da angekündigt? Nein, 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 da gibt es auch gar keine Artist Alleyes. Da gibt es eigentlich wirklich nur Verlage. Also ich habe eine Handvoll so Künstlerkollektive gesehen, die sich da das Geld zusammengekratzt haben, um Stand zu leisten. Aber es gibt nicht so wie hier, also dass wirklich Leute stehen und dann Postkarten verkaufen. Gibt es da nicht. Da werden ausschließlich Bücher verkauft. Das ist wirklich erstaunlich, weil hier alle Veranstaltungen, die sich um Comics drehen, auch die so Comic-Con heißen oder so, die haben immer, wenn da Künstler sind, einen riesengroßen Merch-Anteil. Ist da nicht. Weiß nicht, wie die das kuratieren oder ob die das gezielt raushalten. Aber das ist eine Veranstaltung, wo Verlage sind. Punkt. Will ich nochmal als der reinen Neugierde wegen, muss ich da Französisch sprechen können oder käme ich auch mit Englisch ganz gut voran? Also als Besucher reicht Englisch, glaube ich. Du kannst natürlich dann die Comics nicht lesen. Also ich würde sagen 90 Prozent der Comics, die da sind. Es sei denn, in der internationalen Halle natürlich, da kannst du alle Sprachen finden. Aber die allermeisten Comics dort sind französisch. Da gibt es sicherlich Möglichkeiten, wenn man französisch nicht spricht, trotzdem sich einen französischen Comic zu übersetzen, den man sich gekauft hat. Und allein der grafischen Kunst wegen ist es das natürlich wert. Und die Ausstellungen sind mega. Und es gibt auch super viele Veranstaltungen, aber die wenigsten davon sind auf Englisch übersetzt. Wenn du vorhast, mit Verlagen zu sprechen, ist es sinnvoll, französisch zu sprechen? Da gab es einen, dem musst du einfach auch französisch pitchen. Der konnte gar nicht Englisch. Und ich habe auch nicht im Hotel gewohnt. Also ich habe zwei, drei Monate vorher mir eine Unterkunft gesucht. Und da gab es auch nur noch Airbnbs. Und die Leute in den Airbnbs haben auch kein Englisch gesprochen. Und ich hatte auch nur Schulfranzösisch und habe das 15 Jahre nicht gesprochen und war dann auch so, ich möchte nach Angoulême. Ich glaube, ich muss mal anfangen, französisch zu trainieren. Ich habe anderthalb Jahre mein Französisch trainiert, um da hinzugehen. Ja geil. Also ist das schon auch eine Veranstaltung, wo man auch internationale Gäste empfangen möchte? Oder ist das schon auch eher das französische Publikum? Das weiß ich immer nicht so genau. Nee, nee. Also die haben da auch Gäste aus aller Welt gehabt. Die haben da auch berühmte japanische Gäste natürlich gehabt. Aber es ist halt so wie hier. So der größte Publikumsanteil ist eben aus dem Land. Und dann finden die Veranstaltungen eben in der Sprache statt. Also ich gehe davon aus, es gibt ein paar Veranstaltungen, die sind übersetzt. Aber das sind die wenigsten. Und die Ausstellungen sind, glaube ich, zweisprachig gehalten. Und die sind wirklich schön. Also die Ausstellungen hier in Erlangen sind auch sehr schön. Aber die dort sind einfach nochmal so nochmal eine Nummer größer und nochmal ein Sahnehäubchen obendrauf. Also da ist einfach auch in vielen Ausstellungen ist zum Beispiel Musik. Oder da sind dann einfach Installationen mit drin, die dich nochmal so in eine Stimmung versetzen. Das kenne ich nicht unbedingt von dir. Obwohl mir jemand erzählt hat, dass im Kunstpalais diese Wasserausstellung hat auch Musik. Interessant. Also da möchte ich noch reingehen und mal gucken. Aber ich war wirklich geflasht davon, wie viel Mühe die sich dort geben, die Comics zu inszenieren. Ach cool. Haben die auch so Panelprogramms, Bühnenprogramme, Interviews, alles drum. Ganz viel. Ganz viel. Ja. Und es laufen Filme und ach Gott, was war denn da noch alles? Interviews tonnenweise und also einfach Veranstaltungen mit Künstlern. Signiert wird sowieso überall. Ja, also einfach jeder Verlag hat einfach permanent irgendwelche Künstler sitzen, die signieren und du hast unendlich lange Schlangen. Also um da in so eine von den Haupthallen reinzukommen, wo die großen Verlage sind, da stehen die Leute draußen noch zwei Stunden an. Ja, die schlagen einfach die ganze Straße runter. Aber das ist der Grund, weshalb die da sind. Ja. Also man kann sich das kaum vorstellen eigentlich, was das für Ausmaße hat. Ist wirklich sehr beeindruckend. Und ich bin ja da auch gestrandet. Ich war da drei Tage länger als geplant, weil die Bahn gestreikt hat. Ich kam nicht zurück nach Deutschland. Und dann war ich so, okay, dann nehme ich wohl den Rest vom Festival auch noch mit. Das heißt, ich konnte mir noch mehr angucken, als ich eigentlich geplant hatte. Und ich habe viel zu viele Bücher mitgebracht in Deutschland. Ich konnte die kaum tragen, so viele waren es ja. Da warst du dann eine von diesen Rollkoffer-Personen. Nein, ich hatte eigentlich nur einen kleineren Rucksack mitgeplant. Der ist kurz vor meiner Abreise kaputt gegangen. Also habe ich meinen großen Wanderrucksack mitgenommen. Und den habe ich pickepacke voll gehabt am Ende. Und dann musste ich so vorgebeugt gehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja, genau. Seitdem wir uns letztes Mal offiziell beim Tele-Stammtisch gesehen haben, ist bei dir auch einiges passiert. Du hast gesagt, du hast auch andere Sachen heute mit. Erzähl doch mal, wie ist die Ergangs in unserem letzten Interview? Was gibt es Neues bei dir? Puh, also ich glaube, als wir das letzte Mal gesprochen hatten, war mein Comic irgendwo noch in den ersten paar Kapiteln. Also ich habe, um das jetzt mal so für den Podcast aufzunehmen, ich habe einen Comic, der ist Being Monsters. Das ist ein modernes Märchen und eine Detektivgeschichte und ein Drama, alles auf einmal und wird sehr, 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 sehr lang. Und ich habe mittlerweile das erste Buch fertig gezeichnet. Das sind 200 Seiten und bin jetzt am Arbeiten des zweiten Buches und ja, es ist eine Fortsetzungsgeschichte. Es wird noch viele Jahre dauern, bis das Ding fertig ist. Ich habe mit unglaublich vielen Verlagen geredet in der Zwischenzeit und es sieht nicht so aus, als ob den jemand möchte. Es sieht auch nicht so aus, als ob die französischen Verlage den möchten. Einfach, weil der zu lang ist und ich keine bekannte Comiczeichnerin bin und es einfach ein großes Verlagsrisiko ist. Verstehe ich auch. Deswegen habe ich beschlossen, ich druck den jetzt selbst. Das ist was, was ich ganz lange vor mir hergeschoben habe, weil es viel Arbeit ist, weil du die ganzen Sachen lagern musst und versenden musst und so. Und ich bin jetzt gerade dabei, Interessenten zu sammeln. Ich habe eine Liste, da können sich Leute eintragen und wenn ich dann weiß, okay, Vorbestellungen gehen los, dann schicke ich eine E-Mail-Roman alle. Also wenn irgendjemand meinen Comic in gedruckter Form möchte und mir helfen will dabei, das zu kalkulieren, der kann sich gerne bei mir melden jetzt und sagen, hey, ich möchte auch einen Comic, dann kann ich damit rechnen und kann dann besser planen. Und ich spreche jetzt mit allen möglichen Artists, die hier unterwegs sind, von denen ich weiß, dass die Self-Publishing machen und frage die, wie die das technisch anstellen. Das ist das, was ich gerade den ganzen Tag mache, wenn ich nicht am Stand sitze. Ich rede und rede und rede und mache mir ganz viele Notizen. Fantastisch. Das sind so Sachen, die muss man dann plötzlich lernen. Das höre ich ja ständig. Auch wir hatten beim Kleinverlagsgipfel auch so kleine Verlage, die, als die anfingen, das natürlich auch alles erst einmal lernen mussten mit dem Layouting. Was schickst du wohin und wie unterschiedlich das auch ist. Es gibt Druckereien, denen reicht irgend so eine lapidare PDF und das Ergebnis ist okay. Und andere wollen es ein bisschen genauer wissen. Ja, also Druckvorstufe ist jetzt kein Problem. Ich habe ja, also ich habe visuelle Kommunikation studiert, aber da gehört ja Grafikdesign mit rein und ich mache das jetzt auch schon lange genug, dass ich weiß, wie ich eine Druckvorstufe zu behandeln habe. Das ist überhaupt gar kein Problem. Schwieriger sind für mich eher solche Sachen wie, mache ich internationalen Versand? Soll ich auch eine englischsprachige Ausgabe machen? Ich will eigentlich nicht alles selber versenden und alles lagern, weil ich sowieso schon zu wenig Zeit in meinem Leben habe. Gibt es Dienstleister, die sowas machen können, aber dann nehmen die ein Stückchen vom Kuchen ab. Lohnt sich das, ja? Oder soll ich zu einem Kleinverlag gehen und die machen alles für mich? Die bezahlen mir dann zwar nichts, aber dann habe ich keine Arbeit, aber dann sind die Rechte nicht mehr bei mir und ich weiß, es ist eine super lange Geschichte. Also ist es überhaupt eine gute Idee, sich auf einen Vertrag mit jemandem einzulassen? So grundsätzliche Sachen. Und dann gibt es Leute, die wollen mich aktuell überzeugen, dass ich Crowdfunding mache und davor habe ich total Angst. Und dann gibt es Leute, die sagen, ach, das ist nicht so schwer, wir helfen dir. Und dann gibt es Leute, ich habe einen Monat lang nichts anderes als das gemacht, das ist so hart. Ich muss jetzt Infos sammeln und dann entscheiden. Das sind die schwierigen Sachen für mich. Ich habe auch keinen Online-Shop so richtig, wenn ich sage, ich habe jetzt Bücher und die Leute sollen die Bücher bestellen, dann muss ich mir das einrichten, Online-Shop einrichten. Das ist auch nicht einfach. Einfach so Technik und Logistik, das ist mein Problem, nicht die Druckvorstufe. Und ich muss mich natürlich für eine Druckerei entscheiden, aber da kann man sich ja auch Muster zuschicken lassen, also Druckmuster zuschicken lassen und dann entscheiden, hier sieht es am besten aus und hier ist der Preis okay. Oder auch Hardcover, kriege ich eine Hardcover-Ausgabe hin, kriege ich genug Vorbestellungen, dass ich sage, das ist so viel Geld, dass ich mir das leisten kann. Wie groß mache ich die Auflage? Ja, das sind einfach so unglaublich viele zusammenhängende Entscheidungen, die ich jetzt treffen muss. Es ist nicht leicht, selbst zu publishen, deswegen wollte ich es so lange nicht machen. Wie viele Vorbestellungen brauchst du mindestens, was wäre gut? Ich kann es nicht sagen. Ich kann es einfach nicht sagen. Ich habe noch nicht alle Zahlen auf dem Schirm. Ich denke, ich werde schon minimum 200 Bücher drucken. Die Frage ist nur, wenn das mittelmäßige Softcover, wo vielleicht die Druckqualität nicht so perfekt ist, wie ich das gerne hätte. Für meine Comics sind Farben sehr, sehr, sehr wichtig. Oder habe ich genug Vorbesteller, dass ich sage, ich kann bei einer richtig guten Druckerei eine Hardcover-Ausgabe machen? Das hängt an der Zahl der Vorbesteller, aber da ich noch nicht so tief in der Recherche drin bin, kann ich es nicht sagen. Ich gehe davon aus, dass ich jetzt ungefähr 50 Vorbesteller sicher habe. Mehr sind besser. Wenn ich Crowdfunding mache, wird es mehr Geld geben am Ende. Weil da immer noch so ein, wenn du zu Kickstarter gehst oder so, das ist einfach ein eingebautes Zusatzpublikum drin. Da finden das Leute und sagen so, guck mal, das sieht gut aus. Ich gebe da jetzt einfach Geld hin. Das sind Leute, die erreiche ich nicht von selbst. Ich muss einfach rechnen. Das ist total nervige Arbeit und ich hasse sowas, aber ich beiße jetzt in den sauren Apfel und mache es. Da scheinen auch einige Herausforderungen auf dich zuzukommen und ich wünsche dir ja vor allem auch die richtigen Leute, die dir helfen und dir diese Infos geben können. Ich bin beeindruckt. Und das heißt, du bist jetzt in den letzten Jahren vor allem damit beschäftigt gewesen, deinen Comic voranzubringen, ihn dem Publikum zu vermitteln. Wie sieht es eigentlich da aus mit dem Feedback? Kommt da das Feedback und auch so viel Feedback, wie du es dir erwartet hast? Lesen genug Leute deinen Comic? Also für mich persönlich genug. Verzeihung. Verzeihung. Bist du mir leid? Das sind von der Altersgruppe oft die Lesenden, die ein bisschen jünger sind, als ich es geplant hätte für die Geschichte. Aber es ist trotzdem super interessant und gibt mir auch einen Einblick darin, was Leute vielleicht nicht verstehen oder was mit Theorien Leute haben. Und das macht unglaublich viel Spaß, das zu sehen. Weil normalerweise, wenn du Comics machst, du sitzt in deinem Kälmerlein und machst du dein Ding und gibst es vielleicht an ein paar Testleser und dann hoffst du, dass am Ende alle Leute das verstehen. Und das ist schon cool, da so ein Live-Feedback zu bekommen. Natürlich sind mehr Leser immer besser, weil mehr Leser heißt mehr Einkommen durch den Comic. Und der Comic ist für mich aktuell unglaublich viel Arbeit und unglaublich wenig Geld. Aber ich gehe auch nicht davon aus, dass der ein riesiger Bestseller wird. Und deswegen, es ist einfach, die Sachen, die ich mache, sind nichts für ein Massenpublikum. Dem muss ich ins Auge sehen. Aber es macht trotzdem Spaß. Also mir macht es Spaß, Comics zu zeichnen, ganz besonders denen. Und es macht doch total Spaß, Feedback zu bekommen. Also ein Herzensprojekt mit viel Herzblut, das viel Spaß macht. Was kann man für eine bessere Zusammenfassung für einen Comic finden? Ja, Mensch, vielen lieben Dank, dass du heute da gewesen bist. Und mal kurz vorgestellt hast, wie so der aktuelle Sachstand ist. Ich wünsche dir noch für den heutigen Sonntag maximal viel Erfolg beim Comic-Salon und freue mich schon aufs nächste Treffen. Danke dir. Merci, vielen Dank. Auch er ist wieder da. Wiedergekehrte sind hier so ein Standardthema bei den Interviews im Podcast-Studio beim Comic-Salon. Und ich bin mal gespannt, was er heute mitgebracht hat, was er zu erzählen hat und wie es ihm seit dem letzten Mal ergangen ist. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du? Ich bin der Rey, Rey Henderson. Und ja, ich mache Comics, wie auch letztes Mal. Immer noch. Immer noch, hat sich nicht geändert. Ich habe auch einiges Neues dabei, seit wir uns letztes Mal gesehen haben. Ja, und zum Durchblättern habe ich auch irgendwas mitgebracht, nur ein paar Bildchen. Das heißt, du hast jetzt an weiteren Comics gearbeitet, man kann sich jetzt Sachen von dir angucken oder vorstellen. Ja, ja, genau, ja. Also letztes Mal hast du das schon gesehen, der erste Teil von meinem Comic. Der erste Teil von The Devil's Daughter. Ja, das hatte ich letztes Mal schon auf der Konnichi da. Und dieses Jahr kam schon der zweite Teil raus. Und ich habe noch einen neuen Comic auch rausgebracht. Der zweite Teil kam auch aus von The Devil's Daughter. Das heißt, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, das Publikum mag deine Sachen und holt die dann auch bei dir bei den Veranstaltungen. Stimmt das? Ja, also ich bin zufrieden. Ich bin froh darüber, das zu sehen, wie die Leute sich dafür interessieren. Und ja, das ist ein schönes Gefühl. Ist es eigentlich ongoing oder ist dann irgendwann Feierabend? Das ist jetzt noch ongoing, ja. Also ich habe ganz viel davon auch schon fertig, deswegen kann ich damit so schnell rauskommen. Und du druckst das ja alles selber auch. Ja, 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 ja. Also wir haben mich gerade in der Hand. Das ist ein schönes, schönes, kleines, gut verarbeitetes Softcover in ungefähr A5. A5, ja. Und das sieht süß aus. Danke. So 100 Seiten pro pro Mikro, so ungefähr. Wie alt ist die Zielgruppe deines Erachtens nach? Ja, die Zielgruppe ist ein bisschen jünger. Ab zwölf würde ich sagen. Ab zwölf, aber eher für jüngere Teenager gedacht. Da gibt es auch so diese typischen Teenager-Probleme da drin, sich zu finden. Also der Hauptcharakter entdeckt, dass sie eine Hexe ist. Und erst mal hört sich das ganz cool an, Hexen magische Fähigkeiten und sowas. Aber das zieht sich auch dann gewisse Verantwortung dann mit sich. Und das muss sie dann sehen. Und dann muss sie sehen, das ist nicht so einfach, wie sie sich das vorstellen. Sie ist die coole Bibi Blocksberg. Genau. Die Gothic-Bibi. Die Gothic-Bibi. Klasse. Dann soll ich vielleicht auch nochmal ein Blick reinwerfen in das Ding. Ja, super. Okay, cool. Finde ich sehr interessant und freut mich auch, dass es offensichtlich mehr als genug Menschen gibt, die das auch interessant finden und sich darüber freuen. Dann hast du noch was weiteres, Neues mit dabei. Wie kompakter die Geschichte erzählen kann. Wie arbeitet man daran? Wie macht man das? Wie arbeitet man bitte, dass man besser Geschichten erzählt? Ja, also ich habe einfach eine andere Methode ausprobiert, dass ich alles aufschreibe. Also bei Devil's Daughter habe ich das eher so Thumbnail-mäßig gemacht, dass ich schon direkt die Seiten schon skizziert habe. Und so habe ich die Geschichte auch entwickelt. Aber bei Hermann habe ich das aufgeschrieben. Erstmal so eine Skizze quasi aufgeschrieben. Und anhand dieser Skizze habe ich dann die fertige Skript dann geschrieben. Und dann Sachen gelöscht, Sachen noch zugefügt. Und geguckt, dass es ein bisschen besseren Flow hat. Ein bisschen ausgefeilter. Erzähl doch mal, Hermann geht um Ritter und von drauf sieht es recht düster aus. Worum geht es und wie düster ist es wirklich? Das ist düster. Ja, schon. Aber auch nicht nur düster, aber es ist auch für ein bisschen ältere Leute gedacht. Also steht auch hinten drauf, 15 plus. Würde ich auch dann so empfehlen. Ältere Teenager oder halt ab dann in der Offen. Düster im Sinne von, da geht es um ein bisschen ernstere Sachen. Mhm. Na, ich sehe hier gerade eine Kampfszene, die auch blutig ausgeht. Also Game of Thrones, Game of Thrones mäßig würde ich sagen, aber auch nicht so krass. Also Game of Thrones light. Game of Thrones light. Genau, ja. Ein geiler Pitch. Ja, aber ich habe jetzt gerade eine Kampfszene, es wird auch sehr blutig, kann man sagen. Ja, ja, ja. Deswegen auch würde ich da... Aber es ist nicht sexuell aufgeladen irgendwie, oder? Ganz leicht, ganz leicht. Ganz leicht, okay. Ja, gibt es so eine ganz leichte Touch, aber da das... Ist es abgeschlossen? Das ist auch nicht abgeschlossen. Also die Geschichte an sich ist schon fertig. Also ich kann das einschätzen, ungefähr so 10 Bänder. Wow, okay. Ist ja auch dicker als die anderen, ne? Ja, ja, ja. Also da, das wäre original auch so ungefähr 100 Seiten gewesen, aber ich habe... Ich wollte diese Kampfszene ein bisschen erweitern, weil da wollte ich zeigen, die... Choreografie, wie die Arbeit... Nein, 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 der Choreografie, die... Connection zwischen... ...zwischen der König und der Ritter quasi. Die Beziehung? Die Beziehung, genau. Das wollte ich ein bisschen... Da wollte ich ein bisschen eher reingehen, damit der Leser da auch, was passiert ein bisschen besser nachvollziehen kann und das hat noch erweitert. da komme ich noch ungefähr um 50 Seiten erweitert und deswegen ist es ein bisschen dicker geworden als geplant, aber ich bin damit zufrieden, weil das, was ich sagen wollte, ist, glaube ich, gut dann. Beide deine Reihen decken ja aus unterschiedlichen Aspekten schon auch das Fantasy-Spektrum einfach ab. Das heißt, wir haben hier eher so ein bisschen medieval, also im Mittelalter, dark, gritty und die Hexe ist halt eben auch tendenziell eine Fantasy-Figur. Fühlt sie dich wohl im Fantasy-Bereich? Ja, sehr wohl. Und könntest du dir auch mal vorstellen, in andere Richtungen zu gehen oder ist das jetzt schon was, wo du dich einfach so dermaßen wohlfühlst, dass du es noch ausbaust? Jetzt gerade habe ich, also jetzt gerade habe ich mich sehr da drin gefunden. Das ist quasi mein Hyperfixation jetzt gerade. Aber ich kann mir vorstellen, in andere Richtungen auch gehen. Also mich selbst interessieren auch verschiedene Themen und dadurch, wenn eines Tages ich eine Idee für irgendwas anderes habe, so Slice of Life oder irgendwas, da würde ich auch gerne reingehen. Das heißt, du bist aber auch konsequent dabei, an diesen Projekten zu arbeiten. Ja. Und ständig irgendwas gemacht. Ja, ja. Du machst das nebenbei, zu anderen Dingen. Wann machst du das eigentlich alles? Ja, ich habe einen Hauptjob, aber ich mache das, also eine ganz normale, eine ganz normale bürgerliche Job habe ich, Teilzeit. Und dann daneben habe ich noch genug Zeit, um meinen Leidenschaften nachzugehen. Aber ja, in meinen Dreizeit so gesehen, mache ich das. Ja, Mensch, mega. Wir sind jetzt ja auch hier beim Comic-Salon, beim internationalen Comic-Salon. Wir haben uns auf der Konichi kennengelernt. Daraus schließe ich, dass du halt auch Veranstaltungen verschiedener Formen wahrnimmst. Wie gefällt es dir eigentlich dieses Jahr beim Salon? Also das ist mein erstes Jahr, erstes Jahr und das ist, das finde ich mega, mega geil. Also das, ich möchte auf jeden Fall zurückkommen. Wo bist du untergebracht? Halt die Halle? Halle D. Auch in der Halle D? Halle D, ja. Wir haben dieses Jahr zwei Kleinausstellerhallen, also Halle C und D. Das ist schon krass, wie viele Leute, und die hatten noch mehr als genug Anfragen für weitere Leute, die da aufbauen wollten. Das ist großartig. Und vom Publikum her und so, ist es anders als bei der Konichi? Das ist komplett anders, ja. Was heißt das denn? Was ist denn anders? Ich habe gemerkt, das sind mehrere bisschen ältere Leute, also älter im Sinne von nicht 15 Jahre alt. und ich sehe irgendwie mehr Interesse an Comics an sich, nicht nur diese Merchandise, was sich so gut verkauft an Manga-Messen, sondern man geht gezielt die Comics suchen, also das Publikum, das finde ich halt ganz gut. Also für mich ist das ganz gut, weil ich halt meine Hauptsache ist Comics. Und du hast auch Merch dabei? Gibt es Prints, irgendwelche Buttons? Prints habe ich, ja. So ein bisschen. Und die gehen dann aber nicht so gut wie die Comics, die so laufen? Nein, nein, nein. Aber trotzdem ziehen sich die Aufmerksamkeit gut. Wenn man sieht, ja, die Charaktere sind interessant, dann bleibe ich stehen, gucke ich mal, was die Person da so gebieten hat. Cool. Ja, Mensch, vielen Dank, dass du da gewesen bist, dass du kurz gesprochen hast über dich, deine Arbeit und die aktuellen Sachen, die es von dir gibt. Ich hoffe, wir haben jetzt nichts übersprungen und dass wir die wichtigsten Sachen auf jeden Fall alle drin haben. Ja, ja. Ich danke dir vielmals und wünsche weiterhin viel Erfolg hier beim Salon. Ja, danke. Ciao. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Applaus 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 Applaus